Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Your Nutrition Journey. Start auch du deine Ernährungsreise. Ich bin Lorraine Milonik und ich freue mich darauf, mit dir das heutige Mal zu teilen. Das heutige Menü ist ein fruchtiges Smoothie Bowl. Zutaten für Smoothie Bowl sind folgende. Du brauchst auf jeden Fall eine Banane und die solltest du am Vortetag eingefrieren. Den Anschliessenden brauchst du einen Mango, Kokosmilch, davon nicht fehlen, eine Beere und Chia-Same für das Topping. Und das ist es eigentlich schon fast. Für Toppings kannst du recht frei wählen. Ich selber habe Blueberries, Johannisbeere, Passionsfrucht, ein bisschen Mandeln und natürlich Kokosrasper. Peter, Steuer an es Applaus, Sch 쉽. Tschüss so ganz, wenn man dachte ich. Und mach in Spotify will Aaang, Sch對不起. Und an 스타 ends solved. Wunderbar поговорbtEC attendees. лесen bzw. Ali atención mal klar wurde. auf dem Withinivial Höte regiert den mate Schädig. Aber in Community. Überenschbecue Bereiche miljworks coração. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020